So, hier sind wir an der Bar im Sheraton Summer Bay. Total schön. Sie kann auch ganz toll mit kleinen Stühlen sitzen. Hier ist ein kleines Buffet aufgebaut. Hier geht es dann runter. Hier sind weitere Sitzmöglichkeiten. Und dann geht es hier raus auf die Terrasse. Und hier von der Terrasse aus. Ein Hammerblick. Hier ist die große Terrasse direkt an der Bar. Und hier dann der Blick zum Pool. Zur Poolbar. Und da der Strand. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir drücken oder unter www.feller.de nachschauen.